Herzlich willkommen in unserem virtuellen Studio für seltene Nierenerkrankungen. Unser heutiger Gast ist Dr. Berthold Wilden. Er ist bereits seit 2020 Vorsitzender und war vorher seit 2016 der stellvertretende Vorsitzende der Selbsthilfegruppe von Morbus Fabri. Herzlich willkommen, Berthold. Hallo. Berthold, Morbus Fabri und können damit vielleicht gar nicht alle was anfangen. Was bedeutet denn diese recht seltene Stoffwechselerkrankung? Und wie kam es denn dazu, dass du in den Verein eingetreten bist? Vielleicht einfach, wenn du mal eine kurze Zusammenfassung gibst. Was ist Morbus Fabri und warum bist du denn in den Verein damals eingetreten? Also Morbus Fabri, der Grund, warum die meisten Leute Morbus Fabri nicht kennen, ist, wie du schon gesagt hast, dass es eine seltene Erkrankung ist. Es gibt derzeit in Deutschland ungefähr 1500 bekannte Fälle. Die Dunkelziffer, die bewegt sich zwischen 2000 und 20, 25.000 Fällen. In Deutschland mehr werden es aber nicht sein. Es gibt da noch eine Diskussion, die wir nachher vielleicht mal kurz eingehen können. Generell wird Morbus Fabri beschrieben als eine sogenannte monogenetische Krankheit. Das heißt, es ist ein Gen-Defekt verursacht die Krankheit und dieses Gen, das ist das GLA-Gen, bewirkt, dass bestimmte körpereigene Fettstoffe, die sich in den Membranen von den Körperzellen finden, nahezu allen Zelltypen des Körpers, nicht mehr richtig abgebaut werden. Die werden dann in den Zellen abgelagert, in den sogenannten Lysosomen. Das ist das Compartment in den Zellen, das normalerweise für den Abbau von körpereigene Stoffen zuständig ist in den Zellen. Darum wird diese Krankheit auch der Gruppe der lysosomalen Speicherkrankheiten zugeordnet. Da gibt es noch andere Krankheiten. Und die Krankheit wird vererbt über das X-Chromosom. Und das führte in der Vergangenheit zu der Problematik, dass Leute gesagt haben und Ärzte gesagt haben, dass Frauen diese Krankheit nicht kriegen können, weil es immer von X-Chromosom ist und Frauen haben zwei, die haben ja immer noch ein gesundes. Und in der Tat ist das so, dass es bei den meisten X-Chromosom vererbten Krankheiten dem entspricht. Auch zum Beispiel bei Morbus Hunter, das ist eine andere Krankheit aus dem Vormkreis der Lysosomalen Speicherkrankheiten, da ist das auch so. Aber nicht bei Morbus Fabri. Und die ersten Symptome, die bei Morbus Fabri zum Tragen kommen, die ich dann im Nachhinein auch schon hatte, sind eher, die das periphere Nervensystem betreffen. Das geht bis hinein runter zu den Verdauungsproblemen, die verursacht werden durch die Darmausbleibung oder Fehler in der Darmpersteigung, also in der Darmbewegung. Aber auch chronische Erschöpfung und vor allen Dingen Schmerzen, neuropathische Schmerzen, also Schmerzen, die dadurch verursacht werden. Dass die Reizweiterleitung, also Schädigungen an den Nervenzellen gibt, also es gibt gar keinen Auslöser für die Schmerzen, aber trotzdem werden die Schmerzen weitergeleitet. Man weiß auch, dass es da zu Veränderungen durch Morbus Fabri und durch diese Ablagerung in den Basalganglinien im Rückenmark kommt. Also die ganze Schmerzenweiterleitung ist betroffen. Das sind in der Regel oder oft die ersten Symptome, die sich schon im Kindheitsalter zeigen. Dazu kommen noch solche Sachen, dass das Schwitzen eingeschränkt ist. Also der Körper kann nicht mehr so schwitzen oder auch nicht mehr so hören. Hörstürze sind sehr oft verbreitet. Und im Laufe des Lebens kommen dann Schäden zu in den Organen. Also ich hatte euch schon erzählt, dass diese Ablagerungen in allen Zellen auftreten. Dementsprechend ist Morbus Fabri auch eine Multi-Organ-Erkrankung und unter anderem ein wichtiges Organ, was dafür betroffen ist, ist der Grund, warum wir dieses Video drehen, ist die Niere. Da können auch schon bei Kindern schon Ablagerungen bei Biopsien, da gibt es eine wichtige Studie aus Norwegen, wo die Dame, die Professorin nachweisen konnte, dass schon zwölfjährige Veränderungen in Biopsien, Nierenbiopsien haben, wo man schon Ablagerungen sehen konnte, obwohl in der Klinik noch nichts festzustellen ist. Auch darüber getroffen ist das Herz. Da gibt es eine sehr spezifische Veränderung. Da ist der Herzmuskel und zwar der linksventikuläre Herzmuskel ist verdeckt. Das ist sehr spezifisch, also für Kathologen, die sich damit auskennen. Die müssen natürlich dann über Morbus Fabri noch einen Hintergrund haben. Das ist die Schwierigkeit, wie bei jeder selten Erkrankung, das schwer zu diagnostizieren ist. Aber auch im Laufe des Lebens kommt auch neben den Peripheren dann auch das mehr oder weniger das zentrale Nervensystem und auch die Blutversorgung, die Epithelzellen innen und da vor allen Dingen auch die Blutversorgung vom Gehirn. Und es ist nicht selten, dass die Leute neben natürlich Nierenerkrankungen, Erkrankungen, Nerzerkrankungen dann auch Schlageanfälle haben. Und wir kennen viele Patienten, wo das auslösende Ereignis war, dass da irgendwas nicht stimmte und welche Krankheit das sein könnte, war dann ein Schlaganfall in jungen Jahren, also zum Teil mit zwischen 20 und 30 Jahren, wo dann die Ärzte dann gesagt haben, okay, da könnte man mal nach Morbus Fabri schauen. Aber die ersten Symptome sind eigentlich die doleopathischen Symptome. Wobei, wie gesagt, also... ... ... ... ... ... ... ...